Schere, Stein, Papier Ne, Paul, schau mal, wir spielen jetzt ne Runde, okay? Ich schau mal, wir spielen ne Runde, Schere, Stein, Papier. Passt das? Schnick, Schnack, Schnuck. Digga, du hast gar nichts gemacht. Hä? 2, 2, 1, Soast. Lol, Soast. 3, 2, 1, Soast. Fuck. Ah, scheiße. Okay. Aber immerhin dreimal, Digga. 3, 2, 1, Soast. Och man. 3, 2, 1, Soast. Easy. 1, Soast. Och man. Was? Ich hab so irgendeine halbe Stunde die Slate gemacht. 3, 2, 1, Los. Mann. Scheiße, Mist. Ich dachte, wir ziehen das jetzt durch, so die ganze Zeit Papier machen. Okay, komm. 3, 2, 1. Och scheiße. Und gewinnt. 3, 2, 1, Los. 3, 2, 1, König. Ja, König schlägt Blatt ganz klar. Ich hab gewonnen, kannst ja nicht. Der G ist ja. Ja, da hast du recht. Wir konnten kein Spiel finden. Gut, dann reicht das jetzt, glaube ich, fast schon wieder. Dein Design ist kein einziger Spacken am Spacken. Ist aber so. Es geht klar. Vielen Dank.